Und da ist er. Ja moin, ich habe ja gesagt, ich tue ein Video drehen für euch, das ist kein Ding, aber ich habe ja nun kein Internet unbedingt und wir sind immer noch in Dortmund, dort drüben ist der Westfalenpark, wir tun jetzt hier noch schön auf dem Parkplatz, übernachten, dort hinten, ich zoome mal ein Stück ran und zoome mal ein Stück wieder weg. Heute sind meine Übernachtungskollegen, wir sind hier mitten in Dortmund und hier übernachten wir heute. Ich filme das gerade mit dem Handy, also wenn die Qualität oder Tone halt ein bisschen schlecht ist, kann ich gerade nicht dafür, wie gesagt, weil das kann ich nicht, gleich hochladen. Wir haben gerade schon ins Grilloschen gemacht, müssen wir auf Instagram folgen, bei Witzroni. Hä? Wir haben gekriegt? Dort liegen doch die Bürste noch. Haha, mein Freund. Ich dachte, das sind deine verkribbelten Hölten hier. Ne, die hab ich hier. So schwarz wie die Sette, ich dachte ich, das ist Kohl ist. Ach komm, die könnt ihr noch fressen. Folgt mir auf Instagram bei Witzroni 4 und da habe ich schon mal Fotos gepostet von dem ganzen Ding hier, wo wir hier sind. Freut euch aufs Video. Einmal noch krank.